In dieser Folge gucken wir uns dann noch ein paar kleine Treiber-Spezialitäten an, für alle die immer noch mit Windows arbeiten. Wenn wir unter Windows die Arduino IDE installieren, dann bringt die von Haus aus nur die Treiber für die originalen Arduino Boards mit. Wenn wir jetzt einen ESP8266 nutzen wollen, dann müssen wir von Hand die passenden Treiber drauf machen. Das gilt sowohl für die Module mit internem USB-Anschluss, wie zum Beispiel den WMOS-Modelle oder NodeMCU, als auch für die ganzen USB-Konverter, die man braucht, um die Einzelmodule zu programmieren. Die selbe Methode funktioniert im Übrigen auch für die klassischen Arduinos von Drittanbietern, also wenn ihr sowas habt, könnt ihr hier die Einleitung auch benutzen. Das erste Problem auf dem Weg zum richtigen Treiber, ja der IC selbst. Da gibt es viele verschiedene Modelle und selbst wenn man identisch aussehende Boards oder Boards aus der gleichen Serie hat, werden teilweise unterschiedliche dieser Controller verbaut. Ihr könnt euch sicher denken, jeder dieser Controller braucht natürlich einen anderen Treiber. Also erste Aufgabe für uns, wir müssen rausfinden, was wir denn da vor der Nase haben. Am einfachsten geht das, indem wir uns das Board einfach mal genauer anschauen. Darauf dürftet ihr nämlich meistens einen länglichen IC finden, der relativ nah an der USB-Buchse dran ist. Wenn ihr den habt, guckt ihr einfach mal auf die Nummer, die da drauf steht und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass eine von den folgenden drei Serien verbaut ist. Ich zeige euch jetzt mal die Chips, die euch am wahrscheinlichsten begegnen werden. Der bekannteste, das ist der hier, der CH341 oder CH340. Der ist auf den meisten verbaut. Wir sehen hier schon, was unterstützt wird. Die Seite ist leider nur in chinesisch verfügbar, aber ihr seid ja an der richtigen Stelle. Einfach auf den großen Download-Button drücken, die Excel wird heruntergeladen. Können wir dann auch hier direkt mal installieren. Machen wir das auf. Es geht hier dieses kurze Fenster. Müssen nochmal bestätigen und dann in diesem Fenster hier einmal auf Install klicken. Wichtig dabei, installiert bitte immer die Treiber, bevor ihr das Ganze reinsteckt. Das heißt also erst Treiber installieren, dann den ESP anschließen. Wir sehen jetzt schon, ist successfully preinstalled. Okay, können auf X gehen und dann haben wir den Treiber. Teilweise auch noch häufiger zu finden ist der PL2303. Da sind wir hier auf der Webseite richtig. Das ist eine ZIP-Datei. Die können wir entsprechend dann runterladen und öffnen. Und darin befindet sich hier die Prophilic Driver Installer-Exe. Die nehmen wir. Einfach auf Ausführen klicken. Auch hier bestätigen, dass wir das durchführen wollen. Die ist jetzt in dem Fall nicht signiert. Und auch hier kriegen wir einen Assistenten, wo wir einfach nur weiter drücken müssen und irgendwann sagt er uns dann, jo, ich bin fertig. Der letzte Chip, der noch relativ verbreitet war, ist, das ist der FT323R, müsste er offiziell heißen. Das ist der sogenannte FTDI, Future Technology. Der wurde früher sehr häufig verbaut, aber als Fake. Und irgendwann ist dann FTDI hingegangen und hat in ihren Treibern für Windows absichtlich etwas eingebaut, was diese Fake-Geräte kaputt gemacht hat. Seitdem sind sie eher nicht mehr so verbreitet. Probieren könnt das. Üblicherweise sollte der Treiber heutzutage wieder funktionieren. Ihr geht einfach auf die Seite hier, wählt hier aus zum Beispiel den hier, Windows 64 Bit. Auch das ist eine ZIP-Datei. Klicken wieder auf Öffnen. Und der hier ist leider ohne Installer. Das heißt, wir müssen ein bisschen basteln. Dazu markiert ihr hier mal alle Dateien. Klickt rechtsklick Kopieren. Geht dann zum Beispiel auf euren Desktop oder irgendeinen anderen Ordner. Erstellt euch da einen neuen Ordner. FTDI oder ähnlich. Einfach nur, dass ihr das reinmachen könnt. Da rechtsklick Einfügen. Kleinen Moment warten, bis das er hier abgeschlossen hat. Und was ihr dann machen müsst, ist diese Datei mit dem Zahnrad holen. Mit der rechten Maustaste draufklicken. Und dann auf Installieren tippen. Sehen jetzt hier, möchten Sie die Datei wirklich öffnen? Ja. Auch hier müssen wir wieder bestätigen. Und wir sehen jetzt hier, der Vorgang wurde erfolgreich beendet. Also auch der FTDI-Treiber ist jetzt installiert. Wobei ich sehe gerade noch, hier gibt es noch einen zweiten FTDI-Bus. Die sollten wir dann auch installieren. Sicher ist sicher. Und gerade ist mir dann noch der CP2102 begegnet. Beziehungsweise 2102N. Da gibt es ebenfalls eine Webseite hier bei Silicon Labs. Jetzt muss man ein bisschen suchen. Man muss hier unten runterscrollen, bis dass man irgendwo was sieht bezüglich Universal Windows Driver. Das scheint die aktuellste Version zu sein. Würde ich sagen, nehme den. Auch das ist wieder eine ZIP-Datei. Auch die müssen wir erst wieder auspacken. Also rechtsklick Kopieren. Irgendwohin gehen. Und da das Ganze wieder einfügen. Hier versteckt sich das Ganze in einem Unterordner. Wenn wir da reingehen, da gibt es zwei Installer. Den CP210X-VCP-Installer in X86 und in X64. Wenn ihr ein 64-Bit-Betriebssystem habt, was eigentlich alles Aktuelles sein sollte, dann müsst ihr hier auf den draufgehen. Einfach einen Doppelklick. Dann wieder bestätigen. Und wir kriegen hier einen fertigen Installer. Wie üblich. Weiterklicken. Kurz warten. Steht jetzt hier betriebsbereit. Fertig. Und das war's. Ja, das waren jetzt die bekanntesten Chips. Wenn ihr einen anderen habt, guckt mal unten in den Kommentaren. Ich versuche das Ganze zu ergänzen. Im Zweifelsfall fragt da mal. Sagt, was draufsteht. Und dann findet man mit Sicherheit auch da für einen Treiber. Wenn ihr das ganze Treiber-Wirrwahr hier umgehen wollt, benutzt einfach einen Linux. Da sind sie alle dabei. Aber ihr habt gesehen, auch unter Windows funktioniert das, wenn man möchte. Und wenn ihr die Treiber installiert habt, USB-Gerät einstecken. Und dann solltet ihr hier unter Ports entsprechend eine weitere Auswahl bekommen. Wie gesagt, 3, 4, 5, so um den Dreh ist es meistens. Und damit sollte dann das Ganze auch tun, was es soll.